So Leute, ich mal wieder. Diesmal habe ich vorne die Frontkamera angemacht. Und ja, ich bin jetzt bei Bufleben. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Ich kann mal ein Stückchen ran zoomen. Achtung, Kamera ist nicht die beste. Das ist alles grüne Energie. Windkraft. Das ist wunderschön, wenn man so in die Landschaft schaut. So wie tausend kleine Hügelmchen, die so eine Party machen. An, aus, an, aus. Geht, geht nicht. Geht, geht nicht. Geht, geht nicht. Na ja, bis jetzt fühle ich mich ganz gut. Bin nicht K.O. oder sonst so was. Und da hinten, sieht man bestimmt nicht. Zwischen den zwei Lichtern, da hinten, da bin ich hergekommen. Das ist irgendwo Erfurt, glaube ich. Achso, ja. ADHS und so. Ich fühle mich gut. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich war einmal pinkeln kurz. Musste mein Licht nachregulieren. Weil das so steil eingestellt war, dass mich der Lichtkegel auf dem Beton regelrecht geblendet hat. Jetzt sieht man es ein bisschen besser. Das ist ja die schöne. Ja, ich fahre jetzt mal weiter. Mal gucken, wie weit ich es heute noch mache. Und schaffe und will und kann und ja, ich werde mich auch zwischendurch melden und dann euch auf den neuesten Stand bringen.